Und? Kamera ab! Geht das jetzt? Ja, jetzt, da hat die große Lange dann geschlafen. Also es ist ein wunderschöner Tag zum Drehen. Es ist viel zu warm. Ein sehr schlechter Tag für meinen Kreislauf. Wir hatten bereits einen oberkörperfreien Fan. Den haben wir allerdings verloren. Ja, der wollte was rauchen. Jetzt sind wir ganz auf uns allein gestellt. Und wie geht's dir noch? Ich hab echt Kopfschmerzen, aber es geht noch. Wir sind noch dabei! Sonst sag ich, wir haben ein Problem. Fackenroll! Kommt nach Friedlein! Kommt, wir haben Rewe besucht. Nee, 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 ich mach hier ja nicht. Verdammte Tobis! Ja, das ist schön, ne? Das ist Berlin. Hi! Da ist die Person viel zu ihm. Kannst du vielleicht mal dafür sehen? Ja, der hat sich genau nicht gesehen. Wie, du hast es nicht gesehen? Na, die Frau ist genau ins Feld gelaufen und als ich vorbeigeram. Dies ist eine Lindas. Der Kameramann fühlt sich so heimisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020